Wunden heilen am besten an der Luft, als Dogma, das so im Raum steht, sollten wir mal ein wenig kritisch betrachten und mal überlegen, was haben wir aus dem natürlichen Umfeld. Das heißt, aus evolutiver Sicht war natürlich eine Wunde, die offen war, die wenigstens einen Luftzugang hatte, war die klassische Heilungsform, mit der wir in der kompletten evolutiven Phase begleitet wurden. Dass man dann bei stärkeren oder größeren Wunden, um eben eine Infektion etwas zu minimieren, dann noch versucht hat, andere pflanzliche Hilfsstoffe, wir kennen es zum Beispiel von Ötzi, der natürlich auch solche Sachen mit sich führte, was man zwischenzeitlich aus der Archäologie kennt, als Wundauflage mitgebracht hat, hat aber nie dazu geführt, dass man Wunden wirklich unter Luftabschluss gehalten hat. Das ist eine moderne Geschichte, wo wir dann mit Vaseline und anderen chemischen definierten Cremes etc. dann einen kompletten Wundverschluss hinkriegen, der eigentlich den Zugang von Luft, in der Regel ist Sauerstoff aber der wichtige Faktor, verhindern. Das heißt, der Heilungsprozess wird damit in einem gewissen Maß vielleicht sogar verlängert und verzögert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017